Guten Tag, Freunde! Willkommen zu einem neuen Video. Hier steht wieder der GT86. Und spiele ein bisschen Basketball oder sowas. Es ist arschkalt heute und ich mache ein Video. Ich bin am überlegen, ob wir heute vielleicht mal zu meiner alten Grundschule fahren. So einfach just for fun. Aber auf der anderen Seite bin ich auch am überlegen, einfach durch die Stadt zu fahren, weil es so arschkalt ist. Naja, wir fahren erstmal ein bisschen durch die Stadt und dann gucken wir mal. Vielleicht fahren wir später noch zu meiner eigenen Grundschule. Bitte nicht am Lack lecken. Warum denn nicht? Junge, auch Lamborghini Sound oder was? Das erinnert mich sehr an den Ford Racing Fiesta RS. Ja, dann fahren wir jetzt rechts rum und dann fahren wir da zum Rhein quasi. Dann sind wir direkt wieder in der Stadt. Das finde ich schon besser. Ja gut, ne? So viel zu dem Thema. Ja, was ist denn da los? Irgendwas wird da wohl passiert sein. Okay Leute, wir fahren jetzt zu meiner Grundschule. Also wo ich halt zur Grundschule ging. Jetzt bin ich logischerweise nicht mehr in der Grundschule, sonst müsste ich echt oft sitzen geblieben sein. Wir sind wieder da. Wir sind in Büderich. Habt ihr es vermisst? Ich hoffe doch. Sebastianusstraße. Und eigentlich, wenn man jetzt... Oh, Kür! Mö! Mö! Na du? Egal, wir fahren aber erstmal zur Turnhalle. Die ist ja auch wichtig. Die gehört ja auch dazu. Ja, das hier ist die Turnhalle. Aber da gibt es auch eigentlich nichts Spektakuläres so zu sehen. Es ist halt einfach Zug und eine Turnhalle. Fahren wir mal einmal hier hin zum Parken. Ich sehe ja nichts vom Parkverbot, ne? Oder? Ja, nur montags bis freitags. Von sieben bis irgendwas Uhr. Boah, ich war halt ewig schon nicht mehr hier, ne? Oh Gott, Decker. Ich fahre fast alles kaputt, Alter. So. Ja, perfekt. Setzt jetzt ernsthaft die Schule zu? Kommt man hier nicht mehr rein? Bitte. Tatsache. Ja, auf jeden Fall. Das war meine alte Grundschule. Oder ist meine Grundschule. Ja, also Leute. Das Krettergerüst ist jetzt, glaube ich, neu. Das haben wir ja letztens im letzten Video gesehen. Das, keine Ahnung, was das überhaupt sein soll. Das war halt einfach immer cool. Da haben die jetzt irgendwas hingemalt. Das war vorher nicht. Da ist ein Basketballkorb. In dieser Klasse war ich damals immer. Das ist mittlerweile anscheinend die Panda-Bären-Klasse. Damals war es die Marienkiffer-Klasse. Also wenn wir schon nicht auf das Schulgelände können, dann erkunden wir halt einfach weiter. Okay? Oh, Boah, ich muss jetzt ein Bild machen. Ja, da war die Turnhalle. Die habe ich euch schon gezeigt. Wir können jetzt noch zum Kindergarten einmal fahren. Da war ich nämlich dann... Also hier war ich auch im Kindergarten logischerweise, wenn ich hier damals gelebt habe. Vielleicht lebe ich auch immer noch hier. Man weiß es nicht. Aber bei meinem Kindergarten haben die auch einiges verändert. So viel weiß ich auf jeden Fall. Ja, hier ist irgendwie so ein Tennis-Ding. Da kommt man auch zu der Turnhalle. Oha, ein TTHS. Let's go. Die Tennisspieler haben Cash. Ja, und hier ist mein Kindergarten. Hier waren damals aber so Gerüste und so. Also so Klettergerüst, Schaukel... Schaukel? Ja, doch Schaukel, glaube ich auch. Und so weiter. Jetzt haben die hier einfach nur angebaut. Das sieht immer noch so aus, als würde da jemand drauf sitzen auf dem Pferd. Aber das ist nur ein Helm und die Frisur von dem Pferd, Lul. Hier links ist einer der 600 Spielplätze, die wir hier haben. Oh Gott, Digga. Ah, da hinten. Also, wie da richtig ist, einfach eine Stadt oder ein Dorf der Spielplätze, Digga. Hier gibt es so viele Spielplätze. Ich glaube, es gibt eins, zwei, drei. Gibt es noch einen? Ich glaube, es gibt auch noch einen vierten. Ich weiß es nicht, Digga. Es gibt auf jeden Fall relativ viele. Ah, nee, okay, wir haben viel mehr. Hier ist ja noch einer. Den habe ich ja ganz vergessen. Ja, wir haben irgendwie vier oder fünf Spielplätze hier, glaube ich. Auf jeden Fall, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr erstens Bock hättet, dass wir einen Lost Place besuchen. Und dann können auch direkt Leute reinschreiben, die Bock hätten, da mitzumachen. Dann werde ich die alle auf Insta anschreiben, private. Und dann kann man sich irgendwo treffen, da hinfahren. Oder man trifft sich hier, je nachdem, ob man ein Motorrad hat oder nicht. Und dann gehen wir da unten in den Lost Place rein. Da hätte ich mega Bock drauf. Also, schön auf Insta schreiben, meine Lieben. Weil alleine gehe ich da nicht rein. Oha! Oh, Digga, geil. Wie heißen die Dinger? Tuk, Tuk. Geil, Digga. Hat irgendein Zuschauer von mir so ein Ding? Würde ich gerne mal Promo fahren. Leute, man darf es nicht vergessen. Den guten alten Soundcheck. Und dieser wird an der Stelle durchgeführt. Mit einem schönen RAF. Also, genießt den 125er Yamaha MT 125 Sound. Genießt! Push seu up. Musikания. Musikины. Musik in 2 lazy Glas. Hey, ich bin dort. Olumen faz 30 Euro st Toronto. Ich bin nur eine große.